So ihr Lieben, damit wären wir heute beim dritten Hund in unserer Reihe. Und dieser Hund wird heute nochmal sein von Flinklove. Und das ist die Hündin Mara. Die Mara ist ein Landseher, das Bild blende ich euch jetzt ein. Aber die Rasse haben wir leider nicht. Und deswegen habe ich schon so ein bisschen eine Form von einem Hund erstellt, damit es nicht so lange dauert. Also so grob die Form, das wäre ungefähr das. Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, damit wäre unser erster Haushalt voll mit euren Tieren. Das heißt, ihr könnt eure Tiere, diese Tiere, wenn ihr schon dabei seid, nach diesem Video herunterladen. Also ich werde sie gleich online stellen. Und ja, dann könnt ihr dann heute schon mit eurem Tier spielen. So, also das ist die Mara von Flinklove. Okay. So, in dem Fall ist es ein englischer Cocker Spaniel. Aber ich habe den Hund natürlich noch in seiner Form schon ein bisschen bearbeitet. Und ja, deswegen haut das auf jeden Fall nicht mehr hin. Der Hund hat ein bisschen junge Züge, würde ich sagen. Aber ich glaube, das haut auch hin. Äh, die Mara ist auf jeden Fall kein Jäger. Ähm, ein... Kinderlieber, verspielter, ruhiger Familienhund. Okay. Ähm, ein... Pelzig, stur, unruh... Viel, also verspielt, denke ich mal. Unabhängig, schlö... Äh, äh, freundlich. Unabhängig, unabhängig, also anhängig wäre auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen... Wir haben jetzt den nicht... Treu, würde auf jeden Fall noch passen. Und verspielt haben wir auch. Okay. Dann machen wir das so. Okay, dann haben wir auf jeden Fall erstmal Merkmale, die so halbwegs passen. Und ich würde sagen, wir gucken mal eben bei der Felf-Habe. Ich brauche nämlich einen hellen Hund. Einfach einen komplett hellen Hund. Genau. Und den müssen wir jetzt einfach bemalen, würde ich mal sagen. Wir brauchen... Das ist wieder ein bisschen einfacher. Wir brauchen nämlich schwarz. Und wir müssen nur schwarze Stellen malen. Gut, wir haben eine schwarze Nase. Das ist auch wichtig. Und dann geht es dann mal los. Ähm, ich hoffe, die Form vom Kopf und dass das passt jetzt halbwegs. Die Ohren, ähm, glaube ich, sind jetzt auch okay. Die habe ich nämlich auch noch ein bisschen bearbeitet, so wie die Augen. Äh, aber ich würde sagen, wir gucken mal, wie es dann aussieht, wenn wir die erste Farbe auf das Hündchen bringen. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich weiß jetzt leider nicht, wie vorne der Latz aussieht. Und wir brauchen auf jeden Fall einen großen Pinsel. Und wir... Wir machen beide Seiten. Wir haben hier über die Schulter, das ist... Warte mal, wie fangen wir denn an? Fangen wir mal hier an. So. Okay. Alles komplett schwarz. Okay. Concentration. Eigentlich können wir schon mal den ganzen... Bereich hier schwarz machen. Nur, wir müssen halt auf die Blässe aufpassen. So, das passt auch. Okay. Die Blässe. Das ist eine wirklich ganz dünne Blässe. Genau. So. Hm. Ich möchte gern auf das Schnäuzchen. So. Ich glaube, das haut ungefähr hin. Jetzt müssten wir mal nochmal das Weiß nehmen. Auf jeden Fall geht das auch hier unten rum. Und hier vorne ist der Hund auch schwarz. Man sieht nichts. Nur schwarz. Ist ja ulkig. Ich finde es allerdings ein bisschen schade, dass wir hier die Augen... Ach doch, es geht. Alles klar, es funktioniert. Ein schwarzes Hündchen. Man sieht nichts. Nur schwarz. So. Okay. Mal gucken, ob das im Endeffekt dann auch so rüberkommt, die auf dem Bild. Unten haben wir hier auch noch so ein bisschen Weiß. So einen weißen Latz, würde ich sagen. Oder so ein bisschen Weiß am Schnäuzchen. Und dann brauche ich mal einen direkteren Pinsel. Und die Seiten machen wir aus. Und das sieht aus, als würde das jetzt hier so ein bisschen lang gehen. Ich sehe allerdings jetzt leider nur eine Seite richtig. Und ja, hoffe, dass das hinhaut. Wir haben dann hier auf der Seite, müsste das sein? Ja, das ist auf der Seite. Haben wir hinterm Ohr bis ungefähr zur Hälfte nochmal so einen weißen... Ne, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Ich muss mal tiefer ansetzen. Wie hoch wird das ungefähr sein? Es ist schwierig einzuschätzen. Vielleicht so. Ja, ich glaube, das haut hin. Nochmal so einen weißen wie Absatz. Und ich glaube, wir brauchen auch ein anderes Fell. Wartet mal. Nee, das ist wieder... Das ist schon ein deutlicher Absatz. Aber man muss halt auch das passende Fell dafür finden, ne? Vielleicht passt das ja besser. Halt, verkehrt. Das war verkehrt. So. Jetzt haben wir, glaube ich, die Farbe falsch gestellt. Okay, nochmal. Ja, okay. Machen wir noch ein bisschen kleiner. Und dichter geht nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, okay, wir machen das nochmal rückgängig. Und jetzt habe ich ungefähr mein... Mein Anhaltspunkt. Dass das so hier geht. Genau. Wir sollten vielleicht öfter dieses Tool hier nehmen. So. Okay. Dann haben wir nochmal schwarz. Ich mache mal wieder mit schwarz weiter. Und da haben wir wie eine Kette rundherum. So hier. Ich glaube, das haut hin. Ja, ich glaube, das haut hin. Das wird auf der anderen Seite auf jeden Fall wie breiter. Genau. Hier ist es noch recht schmal. Und auf der anderen Seite wird es dann breiter. Und das ist auf dem Hals. Das haut also auch hin. Alles klar. Hier würde ich sagen, geht das dann bis hier so. Dann geht das hier rum. Und nochmal hier runter. Ja, die Seite, da liegt der Hund allerdings auf dem Bild drauf. Die kann ich leider nicht so richtig sehen. Ich denke mal, das geht dann ungefähr wieder so zurück. Und hier haben wir dann also vorne den Latz. Ich denke mal, der Latz wird schwarz sein. Dass das so hier geht. Und das geht auf jeden Fall auch hier so lang. Diese Zeichnung. So. Jetzt müssen wir dann nochmal richtig schwarz nachdrucken alles. Und ich denke, ich vermute. Also das sehe ich leider auf dem Bild nicht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. So. Und ja. Das geht von hier an. Jetzt einfach mal so hier über dem Widerriss noch. Ich würde sogar sagen, noch ein Stück weiter so. Bis hier hin. Stell dich mal bitte hin, Hündchen. Genau. Da wären wir auch. Da wären wir auch hier zusammen. Das passt. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das passt so, wie es ist. Machen wir jetzt also nochmal hier richtig schön das Schwarz nach. Und vor allem hier müssen wir dann auch nochmal ein bisschen drüber gehen. Dass es nicht so, so abgehackt ist. Das ist dieses Schwarz-Weiß zum Weiß übergehend. Das ist... Vergesse ich immer. Da müsst ihr mich dran erinnern. Na gut, das könnt ihr ja nicht. Ihr seid ja jetzt nicht hier dabei, ne? So. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Das ist leider kein... Also, äh, Maltool. Wir müssen es Tatsache die ganze Zeit wie ansprühen. Mal gucken, wie es ist. Vielleicht schaffe ich morgen auch wieder die drei Hunde oder drei Katzen oder generell drei Tiere. Ich habe morgen nämlich auch frei. Und deswegen... Ja, also das geht hier wirklich bis hier hin ungefähr. Und dann geht das hier oben rüber. Okay, und dann hier rum. So, genau. Schwierige Sache. Sprühen wir mal eine Runde weiter. Das ist so zu sagen, ich stemple jetzt den Hund so, bis es passt. Hier haben wir auch diesen blöden Übergang, den wir noch ein bisschen schicker machen können. So. Und dann hat das Hündchen... Ich weiß nicht, ob es hier noch weiter geht. Also hier müsste ich jetzt ein bisschen raten. Auf jeden Fall geht das hier nochmal so lang. Und noch Richtung Bauch, würde ich sagen. Ich kann das aber leider, leider, leider nicht so richtig sehen. Deswegen, hm. Denn auf der Seite, auf der wir gerade sind, auf der liegt der Hund. Und, ähm, da müsstest du, wenn du die Erweiterung hast, einfach vielleicht nochmal selbst drüber gehen. Und das Ganze nochmal passend machen, dass es wirklich passt. Also, da kann ich jetzt leider nicht durch das Foto schauen. Okay. Okay. So. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier vorne so ist. Aber ich würde das rein optisch gerne jetzt so machen, dass das... Hier so rüber schaut. Wir sollten vielleicht das nächste Mal alle stempeln. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausgleichen, indem wir das hier so machen. Aber, ne, das würde dann doof aussehen. Okay, wir lassen es. Und deswegen... So, weiter geht's. Ist noch ein bisschen fleckig. Da müssen wir nochmal drüber gehen. So, ja. Und hier auch nochmal. Und vielleicht nochmal ein bisschen größer machen, den Pinsel. Und dann hier... nochmal. Das hat nämlich ganz langes Fell, der Hund. So, wie es aussieht. Und das sieht dann halt nicht so abgehackt aus, wenn wir das machen. Wenn wir da nochmal so ein bisschen drüber gehen. Natürlich versuchen, in Fellrichtung zu bleiben. So. In der Wuchsrichtung. Okay. In etwa so. Genau. Dann hat er auf den Pfoten auch noch Punkte. Das finde ich ja total niedlich. Wir setzen ihn mal so hin. Und wählen einfach mal, ähm... nochmal die Pinselgröße ganz klein. Und machen dann hier solche Punkte drauf. Also, aber... Oh! Ich sehe gerade... Ach nee, wir sind auch gar nicht bei der kleinsten Pinselgröße. Alles klar, alles klar. Haut also doch hin. 15, 13... Das könnte passen. Welche Seite ist denn das? Die hier ist das. Die hier ist das. Da hat der Hund hier einen Punkt. Und der hat hier oben einen Punkt. Ein bisschen weiter dort. Und hier nochmal einen ganz, ganz... Verschwommenen. Oh, der ist so groß. So. Okay. Ich würde nochmal drüber gehen. Weil das sieht so ordentlich aus sonst. So. Okay, auf der anderen Seite sehe ich es nicht. Aber das sieht nicht so aus, als hätte der dort Punkte. Und dann haben wir hier hinten über den Rücken. Da müssen wir wieder stempeln, was das Zeug hält. Mit unserem Schwarz. Da hat er... Hier geht das los. Hier lang Richtung Schwänzchen. Und dann ist hier nochmal so ein Bogen drin. Genau. So. Können wir hier auch nochmal grob drüber gehen, dass es besser aussieht. Also ich muss sagen, ich würde den Kopf nochmal schnell machen. Weil dann wäre das ja nicht so gemacht. Und deswegen... Da sieht man halt, dass das anders ist. Ich würde sagen... Ja, wir gehen nochmal über den Kopf drüber. Und... Machen wir mal... Lassen grob die Konturen. Weil... Ja, das gefällt mir halt jetzt gerade nicht. Dass das doch so deutlich anders aussieht. So. Und okay. Jetzt nochmal. Das machen wir dann alles nochmal ordentlich. Aber hier müssen wir mal den Pinsel kleiner machen. Genau. Das sieht halt schon deutlich anders aus. Man muss halt erstmal auch die ganzen Skills rausfinden, die man so hat. Womit man das machen kann. Und das dauert halt auch eine Weile. Aber so langsam, würde ich sagen, wird das bei mir auch besser. So langsam sieht es nicht mehr ganz so realitätsfern aus. So. Okay. Hier nochmal. Und dann kommt die Blässe nochmal. So. Ja, es ist ein Unterschied. Sagen wir es mal so. Es ist ein Unterschied. Es ist schon anders. Okay. Das ist natürlich ganz schön groß. Jetzt sehe ich nicht, wie ich das drehe. Das ist wieder zu klein. Okay. Machen wir mal so. Eine ganz, ganz schmale Blässe. Das ist wieder... Wir sind schon nur auf eins. Und es ist trotzdem noch zu groß. Okay. Also. Müssen wir wahrscheinlich doch noch malen. Aber das ist so ordentlich. Das geht nicht. Das ist zu ordentlich. So. Also dann noch wieder so. Machen wir das doch noch mal so. So. Die ganz feine Blässe. Hey, Hündchen. Hör auf zu zappeln. Und dann hier unten bei der Nase nochmal mit dem Weiß drüber. Hier so. Genau. Und hier nochmal schwarz. Ich vergesse hier stellen. Seht ihr das? Ist ja übel. Das ist ja übel. Wie einfach man das übersehen kann. Das ist genauso hier. So. Da sind wir schon wieder eine ganze Weile dabei. Hier. Bei dem Hündchen. Ich komme da auch gar nicht ran. Seht ihr das? Nee, man kommt da echt nicht ran. Schade. Okay. Ähm. Hier brauchen wir auch nochmal Weiß. Das ist auch noch nicht so richtig in Ordnung. Das müssen wir nochmal ändern. Und das ein bisschen so machen. Genau. Okay. So. Also ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist. Also rein optisch gesehen würde es besser aussehen, wenn das wirklich so wäre. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das so ist. Da müsstest du dann selber nochmal drüber gehen. Aber auf jeden Fall, so ist es schon mal, glaube ich, nicht verkehrt. Und ich würde denken, beim Schwänzchen ist es so. Dass wir, dass das, nein, dass das hier lang geht. Oh, voll konzentriert hier. Es macht aber auch Spaß, eure Tiere zu erstellen. So, dass es dann hier lang geht. Aber, ähm, vielleicht finden wir ja noch einen buschigeren Schwanz, weil der passt mir noch nicht so richtig. So, okay. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Hätte ich nicht gedacht. Also die Pfoten können wir, glaube ich, leider nicht ändern. Ich habe mich nämlich schon mal gefragt, ob das geht. Aber ich glaube nicht. Körper, Schwanz. Genau, Schwänzchen wollten wir nochmal ändern. Oder jedenfalls gucken. Der ist, glaube ich, deutlich buschiger als der, den wir hier haben. So, genau. Und dann würde ich sagen, äh, Mara, ich hoffe, das gefällt dir. Und das sieht deinem Hund halbwegs ähnlich. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, auch alles erwischt, was wir jetzt erstmal haben. Äh, die Augen, weiß ich nicht. Also, die braunen könnten auf jeden Fall dazu passen. Falls das nicht so ist, das sieht man auf dem Bild auch ein bisschen schlecht. Aber falls das nicht so ist, dann, ja, wie gesagt, geh nochmal drüber. Und ich hoffe, der Hund gefällt dir so, wie er ist. Und das Ganze werde ich euch jetzt hochladen in die Galerie und wünsche euch viel Spaß damit. So, bis zum nächsten Video. Tschüss.